Ein wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Wir sind eigentlich hier zumindest von der Demo, von dem Test am Ende. Komm raus Mädel. Schnell ins Auto, schnell ins Auto, ins Nomad, komm. Wir sind eigentlich am Ende angelangt, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir müssen es ja so sagen. Eigentlich wollte ich hier hinten die Mission weitermachen, kann ich aber leider nicht. Also die Mission mit dem Mord, den angeblichen. Also ich sag mal wirklich schon angeblichen, aber es ist ja scheinbar nicht der Fall. Also wir können hier in die Modis wechseln. So und jetzt gab es einen Punkt, ich hatte nämlich geguckt, gibt es sowas wie Schnellreisen? Ja, es gibt sowas wie Schnellreisen. Denn diese Aufklärungspunkte, die man hier hat und die man hier haben kann, sind Abwurfstellen. So und man kann, wenn man auf diese Punkte nämlich klickt, kann man an diese Stellen eine Schnellreise machen. Nun muss ich mal gucken, ob man an die anderen, nee, guckt zum Beispiel an die ist nicht, sondern da, wo wir die Abwurfstellen machen können. Das heißt, wir müssten rein theoretisch diese Aufklärungsposten dann einnehmen. Und dann können wir dort uns auf die Schnelle hintransferieren lassen. Maneralien scannen, hier drüben haben wir noch Erinnerungsauslöser. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht mal einen Erinnerungsauslöser zu holen und uns einfach mal so ein bisschen mit den ganzen grundlegenden Basics beschäftigen. Und ich habe davon keinen Plan. Wir machen das jetzt einfach mal. So, das heißt, ich schaue mal, wir sind jetzt hier drin. Das ist die Forschungsstation. So und hier hätten wir ein Basic, richtig? Also hier auf alle Fälle und da wahrscheinlich auch. Gehe ich mal davon aus. Achso, Moment, genau, Moment, Moment. Das wird ja, oder? Ist das hier auf einer anderen Ebene? Nein, ist es nicht. So, wo müssten wir denn rein theoretisch hin? Irgendwo dorthin. So, das ist hier dieser Abwurfposten. Von hier können wir nämlich immer unterschiedlichste Dinge tun, wie auch Munition wieder einsammeln, uns updaten, upgraden, schieß mich tot und, 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 und. Und ich glaube, mit dem können wir dann hier auch hochfahren und mitnehmen, ne? Also der sollte jetzt auch immer uns Anlage 1 versprechen. Ähm, hä? Da. Das ist hier drin. Oder wie? Das Datenbett hatten wir das vorher nicht? Ähm, meine Strahlungsschilde sind ausgefallen, aber ich habe es endlich zu Anlage 1 geschafft. Gut, Versprechen ist eine Geisterstadt. Verdammt, irgendwas müssen die Stürme und Bergungsgutsamen doch zurückgelassen haben. Ohne das Projekt ist Anlage 2 erledigt. Unsere Teams werden schneller aufgerieben, als wir die Schäden beheben können. Außerdem hören wir nachts dieses Ding. Ich kann nicht länger so tun, als wäre es das Wetter. Der Wind heult nicht, als wäre er hungrig. Update. Ich konnte genügend Komponenten für das Projekt zusammenkratzen und meine Schilde wieder flott machen. Ich mache mich jetzt noch den Rückweg zur Anlage 2, falls sie noch da ist. Oha. Beim zweiten Außenposten, den sie errichtet haben, lief irgendwas total schief. Ein Angriff? Die Strahlung? Was es auch war, Anlage 2 rief deswegen ein Spezialprojekt ins Leben. Das sollten wir uns merken. Das war das, was wir jetzt hier eingesammelt haben. Ah, okay. Das ist das, was wir jetzt hier eingesammelt haben. Sehr gut. Äh, haben wir noch? Das war... Ja. Okay. Dann holen wir uns jetzt diesen Erinnerungsfetzen. Und ich würde gerne dann vielleicht sogar noch in der Forschungsstation was bauen. Dazu müssen wir wahrscheinlich hier noch, ähm, hier hinten hinfahren. Steine klopfen. Was auch immer, ähm, da los ist. So. Und... So, ich hab mich, äh, jetzt auch so ein bisschen, ähm, belesen. Also es gibt ja einige Kritiken bezüglich der, der mangelnden Emotionen, sag ich jetzt mal, die dieses Spiel hier, äh, zum Besten gibt. Ähm, und Gesichtsanimation und, und, und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es mag vielleicht für den einen oder anderen problematisch sein, aber Bioware hatte immer so sein... Die Strahlenbelastung nimmt zu. Jaja. Sein Problem, ähm, mit dieser ganzen Geschichte. Also das ist nichts Neues, würde ich jetzt mal sagen. Hier draußen können wir nicht raus, ne? Oh, guckt euch... Oh, was ist hier hier los? Da hoch müssen wir. Glaub ich zumindest. Ähm. Lass, komm. Und zwar... Komm, komm. Wir müssen hier oben links lang fahren. Hier an diesem Baum vorbei. Was? Da ist was. Können wir hier vielleicht raus? Ich weiß es gar nicht. Ich probier's einfach mal. Warum können wir hier raus? So. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Okay. Was sehen wir denn da in der Richtung? Das ist das da, oder? Anlage 2. Wir haben jetzt... Ah, dadurch, dass wir ein bisschen mehr gestochert haben, konnten wir jetzt die anderen Punkte hier rankriegen, richtig? Das heißt, ich müsste doch in der Lage sein, da läuft irgendwas da hinten, mit Nomad dort rüber zu kommen. Das probieren wir einfach. So, und ich bin jetzt nämlich ganz wild drauf. Jetzt gucken wir mal, wie das Spiel... Okay. Also, ihr habt gesehen. Also, man kann hier auch wirklich sehr gut abkürzen. So... So, wir müssen das abbauen. Genau. Nomad ist klar, das haben wir schon. Hier ist aber nichts weiter. Was mich wundert, ist, dass wir hier problemlos jetzt draußen rumlaufen können. Aber an der einen Stelle, wo wir durch die Barriere gegangen sind, es nicht konnten, ne? So, wir haben einen neuen Ort entdeckt. So, das ist... Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Aber das ist hier diese... Die Lebensverhaltungssysteme sind bei 100%. Ah, das freut mich. Aber dass wir hier hinter dieser Schutzschildbarriere diesen Schutz haben, das ist schon beachtlich. Wir nähern uns Anlage 2. Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Kett sie zerstört haben. Laut Datenpad hat Anlage 2 an einem Projekt gearbeitet. Halten Sie Ausschau danach. Okay, wir müssen mit dem Auto runter. So. Ist hier irgendwas? Hallo? Okay, Barriere wird als Notfalldeckung im Kampf eingesetzt. Gut. Ich ahne Schlimmes. Was ist das da? Die Nexus hat kein Team entsandt, um die Leichen zu bergen? Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder. Aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Trinitis Gordanis. Und schicken Sie ein Bergungsshuttle hier raus. Gute Idee. Als die Familie hat, verdient sie es, einen Abschluss zu finden. Sie verdient mehr als das. Wir werden zu Ende bringen, was er angefangen hat. Ja, wir haben ja nämlich einige Sachen noch offen, ne? Wir haben ja auch einige Quests. Und ich weiß nicht, ob die Quests alle hier in diese Region hier führen. Denn das scheint ja die einzige Region zu sein, die wir derzeitig ansteuern können. Und die ein gewisses N hat. Aber hier gibt es ja noch haufenweise Nebenaufgaben. Da, das nehmen wir noch mit. Das können wir... Achso, haben wir gerade. Äh, da oben müssten wir vielleicht reinkommen. Okay. Was haben wir hier? Äh, Wasserleitung vorbereitet, die noch nie durchgeführt werden konnte. Unverständlich Wasserfrachtliste. Ansonsten haben wir hier nichts. Achso, ich wollte gerade F5 drücken. Mach der Gewohnheit. Ach, wen spiel ich durch. Dann wären wir mal hier in dieses Gebäude rein. Sofern wir hier irgendwie... Hier sieht's aus wie in einem Kriegskippen. Lexi, hier ist noch eine Tote. Verstanden. Ich warte auf Ihren Scan. Ach, da. Azari. Äh. Wir werden mal hier oben reingehen. Da ist wieder was. Wir werden mal hier oben reingehen. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren hierauf nicht vorbereitet. Vielleicht können wir die Kette ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Nö. Wir versuchen nur, unsere Optionen durchzugehen. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. So, was haben wir hier? Postausgang. Happy Birthday. Emily. Wie ist es so, 28 zu sein? Tut mir leid, dass ich nicht bei dir sein kann, aber ich hoffe, du hast richtig Spaß mit deinen Freunden auf der Nexus. Lass krachen. Hast du mein Geschenk bekommen? Ich habe den Swinger extra für ihn gebaut. Ich weiß, er kann Buster nicht ersetzen, aber es heißt, wenn man einen Ati von klein auf groß zieht, bleibt er einem ein Leben lang treu. Gib ihm einen guten Namen und erzähl ihm viel Gutes von mir, damit er weiß, dass ich auf deiner Seite stehe. Hoffentlich ist deine Geburtstagsparty so großartig, wie du es bist. Nächstes Jahr feiern wir zusammen. Du, ich und der kleine Kerl. Ich liebe dich. So. Transfergesuch abgelehnt. Remitus, ich habe ihr Gesuch erhalten. Es tut mir sehr leid, aber ein Transfer ist momentan nicht möglich. Ich verstehe, dass sie nach ihrer Schwester suchen möchten, die sich auf der thorianischen Arche befand. Aber da wir seit unserer Abreise aus der Milchstraße keinerlei Kontakt mit der Nathanus hatten, wären ihre Mühen umsonst. Die Initiative braucht sie hier auf EOS, um Methoden zur Erhaltung der Lebensfähigkeit zu erforschen. Ihre Arbeit ist für uns alle wichtig. Sie müssen geduldet haben und warten, bis wir Nachricht vom Verbleib der Nathanus erhalten. Hey, Jungspund. Hoffentlich ist da unten alles okay. Es gibt Gerüchte über die unfreundlichen Einwohner, aber damit kommst du sich ja klar. Ich wollte nur sagen, dass die Sache, über die wir letzte Woche geredet haben, läuft. Sloane hatte heute das Signal aufgegeben. Wir machen es morgen. Wenn alles nach Plan läuft, nehme ich dich mit hierher, um zu feiern. Wenn nicht, naja. Wir hatten es gut. Wir bereuen nichts, oder? Pass auf dich auf. Bis bald. Colt. Okay. Okay. Und ich finde es so richtig interessant, dass man so eine Neben, naja, Geschichten hier mit zu erfahren bekommt, ja. Da ist zu. Nochmal eine Konsole. Sekundärterminals. Hier haben wir keinen Zugriff. Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Okay. Dann suchen wir den einfach. Hier ist es viel zu ruhig. Ach, mach doch nicht so einen Spruch. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Kett gestört. So. Okay. Ich glaube, dann müssen wir dieses Terminal hier benutzen. Hartweiter. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Okay. Und was steht drin? Lauft. Was? Was? Tempest. Wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder. Was? Wow, wow. Nicht so schnell. Negativ habe. Wir müssen uns bedeckt halten. Kett nähern sich ihrer Position. Kat und dieses Ding. Verfluchte Scheiße. Was? Oh. Achtung, Kat. Beeilung. Dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Kat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. Ich weiß nicht, was jetzt so los ist hier. Die können das gleiche machen. Du bist weg. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruck. Och, du Cock. Seien Sie vorsichtig. Haut ab. Oh, ho, ho, ho. Äh, äh, vorsichtig. Wo, 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 wo. Hier fandet doch irgendjemand. Hallo? Aua. Aua. Hammer. Was? Was? Wo, 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 wo. Hammer. Abgeklärt. Hammer. Los, helf mit. Da ist doch einer. Was? Er hat mich eingeschossen. Oh, ich seh hier echt nicht durch. Ach, da hinten. Und hinter uns sind auch noch ein paar. Haben wir. Ich hol dich. Aua, au, 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 au. Oh, nicht schon wieder. Du bist weg. Oh, oh, au, 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 au. Ähm. Ducken. Irgendwo piept was. So. Wo, wo, wo? Wo? Aber die überhaupt, ich weiß es gar nicht. Haben wir. Haben wir. Oh, was ist das denn? Der Koloss da. Ach, du Kacke. Ich glaube, es war der richtige Weg, dass wir. Dass wir uns hier hinten versteckt haben. Oh, oh. Au, 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 au. Äh, da ist sie gerade durch die Wand geglitscht. Ey. 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 Weißt du hier irgendwas, oder? Ich sehe leider nichts. Komm her. Komm her. Du kommst hier nicht hoch, ne? Du bist zu koloss... Du bist zu kolossartig. Du bist zu kolossartig. Oh. Aua, aua. Wo ist der? Genau. Mach die fertig. Ja. Das schafft ihr. Ja. So. Dich habe ich jetzt aber. So, du bist weg. Jetzt haben wir da hinten noch irgendwo einen. Da. Okay, der ist auch weg. Es ist bloß dann der Dicke da. Oh, oh. Komm, 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 komm. Hehehehehehe. Jawoll. So, ich, ähm, bin gleich blank hier. Das hilft leider nichts. Keine Munition. Jawoll. Und da ist doch irgendwo einer. Irgendwo ist einer Vieh. Wo? Ich sehe es nicht. Tut mir leid. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Wo? Aber hier sind erstmal Überreste. Die nehmen wir schnell mit. bearbeitbarer Balk. Okay. So, wo bist du? Ah, da oben. Jawoll. Wow. So gibt es hier irgendwo Munition nachzufüllen? Ho, 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 ho. Äh, da hinten. Genau. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn... Sie weggebracht wurden? Ah. Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein? Verdammt. Das hoffe ich nicht. Das ist jetzt die gute Frage. Aber es war schon mal Herausforderung. War das jetzt so ein kleiner Miniboss oder... Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das hier oder ein langsamer Tod wie in Versprechen. Das ist die Frage. So, wir gucken mal. Ich hatte gesagt, wir haben jetzt hier getriggert das Geheimprojekt. Anlage 2 nach geheimem Forschungsprojekt durchsuchen. Da sind wir noch dran. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Ähm, wir haben jetzt 10 Punkte, die wir aktuell vergeben können. Und ich muss mich hier noch reinlesen. Ich habe gar nicht so zwischendurch viel Zeit gehabt. Aber wir können vielleicht jetzt, äh, Harper... Ähm... Asari, äh... Schrot finden, Schaden. Können wir das machen? Dann machen wir das. Das machen wir. Das ist gut gelaufen. So, das gleiche Liam. Zeig mal her. Was kannst du? Du hast Stufe 6. Ähm... So, ähm... Verteidigung. Das machen wir schon mal. Und militärische Ausbildung. Sollten wir den nächsten Rang auch noch hinbekommen. Sauber. So, äh... Wir selbst... Ich bin... Ich bin mir noch nicht schlüssig, wie wir weiter vorgehen werden. Muss ich ehrlich sagen. Ähm... Ich sag mal, die Kampfgeschichte ist schon nicht schlecht. Ähm... Sturmgewehr. Wie sieht's denn da aus? Das da für 3 Punkte. Und dann haben wir hier... Was ist das? Gewicht? Sturmgewehrgewicht senken oder Reservemunition. Ich glaube, Reservemunition ist schon eine ganz gute Sache. Aber ich würde... Kampfwerkzeuge... Ähm... Kampf... Äh... Kräfte schaden. Umgang. Jetpacks, Nahkampfwaffen und Kampf. Ich würde... Kampffitness. Das kommt noch vorher. Müssen wir vorher 9 Punkte. Aha. Dann nehme ich nämlich noch Präzisionsgewehre. Weil wir werden vielleicht dann später... Äh... Im Feld hinten agieren. Sauber. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, bestätigen wir mal. Soldat freigeschaltet. Das Profil Soldat ist jetzt auf Rang 1. Das werden wir aber gucken, wie wir das machen. Äh... Profil Umschaltung war ja auch möglich. Jetzt haben wir hier die Profile. Und haben das allererste Profil. Weil wir eben halt in Kampf investiert haben. Die sollten wir auch erstmal nutzen. Und können jetzt dazwischen den Sachen hin und her schalten. Da muss ich mal kurz gucken. Ähm... Ob es dann in den Einstellungen... Ähm... Eine Schnellwahl gibt für die... Für die Profile. Ich würde sogar wahrscheinlich... Wenn ich mir das hier angucke... Techniker, Experte... Infiltrator, Waffenpräzision... Ach, da bin ich mal gespannt. Ähm... Jeweils... Ach so. Da hätten wir noch verteilen müssen noch. Ah, mal gucken. So. Äh... Sturmgewehre. Da haben wir... Ach so. Wir konnten ja... Wir konnten ja nicht mal das Gewehr zur Laufzeit wechseln. Das wird noch ein sehr interessanter Aspekt werden. Wir haben zwar Gerätschaften. Wir können die Verkaufen. Aber wir können zur Laufzeit nicht... die Waffen wechseln. Das finde ich ein bisschen schade. Aber... Ich denke mal, das gehen wir schon hin. Und wir haben sogar Mods sogar für das... Ah... Okay. Dann lass uns doch mal hier reingucken. So, das hier noch. War's das hier? Nee, wir sind zu weit oben. Sehe ich gerade. So, liebe Freunde. Ja. Da ist immer noch zu. Was ist gerade los hier? Ist irgendwas kaputt? Hier ist gar nichts... Hä? Hier ist ein anderer Eingang, wie es scheint. Als das vorhin war. Aber wo? Hier war's... Ah, hier. Es überrascht mich, dass die Nexus auf EOS weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort. Alle guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Wir schauen erst mal noch mal alles an. Hier sind noch Komponenten. Okay, dann benutzen wir mal die Konsole hier. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut. Aber es fehlen Teile. Das muss das Projekt sein, das Sie in Anlage 1 geborgen haben. Eine Methode, die Kett zu bekämpfen. Wir könnten es fertigstellen. Alle Komponenten in Anlage 2 hatten Sicherheitsmarkierungen. Ermittle mögliche NAV-Punkte. Ah, okay. Das war eben gerade Zufall, dass wir die gefunden haben. So, das heißt, was haben wir jetzt da für einen... Erster Mörder. Wir könnten hier wahrscheinlich zu Fuß hinlaufen. Wir sind jetzt gerade hier. Vielleicht können wir doch noch erster Mörder machen. Das wäre ja super. Aber ich brauche jetzt erstmal den NAV-Punkt. Ähm. Ähm. Die bisherige? Nee. Das Geheimprojekt. Genau. Da muss ich dorthin in die Richtung? Tatsache. Oder irre ich mich jetzt einfach los? Wartet mal. Da können wir aber nicht zu Fuß hin, ne? Äh. Da hinten ist es. Da brauchen wir schnell nämlich unseren Nomad da drüben. Und los geht's. Oh, hier ist Wasser. Oh. Das geht also nicht. Gut, ähm. No, 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 no Die Strahler sind rapide angestiegen, Harffinder. Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. So, wir müssen jetzt hier am Wasser vorbei. Die Sandstürme haben die Leiche links begraben. Ich schlage einen Scan vor. Können wir hier aussteigen? Wollen wir hier aussteigen? Ich will hier gar nicht aussteigen. Hier ist die Komponente. Sauber. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Richtig. Gut, das machen wir hier auf alle Fälle noch. Ich hoffe mal, dass es nicht so viele einfach mal suchen und machen Missionen sind hier. Äh, sondern auch sehr unterschiedliche, ja, Aufgabentypen. Äh, ein fusseliger Baum. Hier ist wieder ein Scanner. Wartet mal. Halten Sie die Augen nach allem offen, was groß und hungrig aussieht. Sieht nach Bibis Technologie aus. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Lebenserhaltung ist stabil. Ja, super. Nee, da wollten wir ja auch mehr oder weniger hin. Also das mit dem Fahrzeug, dass das keinen Schaden verursacht, äh, müssen wir mal gucken, ne? So, was ist jetzt hier? Achso, Moment. Ja, hier haben wir nochmal eine Konsole. Wo müssen wir jetzt hin? Hier haben wir nochmal eine Komponente. Hier waren wir noch nicht drin. Was ist das? Hier kommen wir gar nicht lang. Ah, aber vielleicht ist die Tür jetzt so offen. Die andere. Wir haben doch hier irgendwo... Nee. Ah, klar, Moment. Wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Wieso das denn? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass etwas rauskommt. Ähm. Was soll ich hier zu tun? Hier ist es auch abgeriegelt worden. Aber was? Äh. 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 Wo ist denn? Äh. Hä? Wo ist denn? Wo ist denn die Mission? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ich komme hier gar... Was? Ich komme hier gar nicht mehr rein. Warum nicht? Okay. Na, pass mal auf. Dann gehen wir, ähm, äh, und machen die erste Mörder-Mission. Und zwar... Ja. Irgendwie... Ich hätte jetzt nicht eben mehr erhofft. Oder... Oder kann es sein, dass wir das Vieh eigentlich schon... schon freigelassen haben? War es das Vieh, was wir schon bekämpft haben? Aber dann ist die Frage, wie ist es freigekommen? Nun gut, ähm... Ich sage erst mal vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In der Hoffnung, dass wir dort dann die erste Mörder-Quest machen können. Ähm, das wäre sehr schön. Lass mich überraschen. Wir Dank. Euer Firefox. Untertitelung des ZDF, 2020